KASILIUS KASILIUS war 2010 Prämienhengst der dänischen Körung. Nach überdurchschnittlicher Leistungsprüfung und erfolgreicher Teilnahme an den dänischen Jungpferdemeisterschaften platzierte er sich sechsjährig bereits international. Ab 2013 unter dem Patronat der Ludger Baerbaum Stables kamen Siege und Platzierungen in den Youngster-Touren von Wiesbaden, Leipzig, Mannheim, Braunschweig, München, Lanaken, Verona und Rom hinzu. 2014 belegte er unter Philipp Weishaupt unter anderem Rang 2 bei dem Jumping Indoor Maastricht und Platz 3 bei der Global Champions Tour Etappe in Estoril. Seinen Nachkommen färbt KASILIUS durchschlagend. Seine sportliche Aufmachung, seinen Ehrgeiz, seine Bergaufgaloppade und sein Springvermögen. KASILIUS KASILIUS ist einer der erfolgreichsten der 46 gekürten Söhne des Holsteiner Verbands Hengstes KASAL ASK, der unter Rolf-Joran Bengtsson jeweils Einzelfierter bei der Europameisterschaft 2013 in Herning und den Weltreiterspielen 2014 in Caen war. Die Mutter Marina brachte noch den ebenfalls gekürten und in M-Springpferdeprüfungen erfolgreichen Vollbruder KASILIUS. Es folgen der S-Platzierte Cambridge, der zweifache Olympionike Caritago und der Landgraf 1 Sohn Latus 2. Weitere Erfolgshengste aus dem Holsteiner Stamm 826 des KASILIUS sind C. Ingmar, Caritino, Caridor, Cassone, Montevideo und viele mehr. Musik 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 Musik